Wo kommst du genau her? Ah, hier die Straße runter. Schutthofs. Nebenan, hier aus Benthal. Warum hast du dich bei uns beworben? Was ist deine Motivation? Kann ich freitags direkt weiter in den Club gehen? Die Schule war nichts für mich. Wie ich das dir verwerten soll? Kennt ihr diese Folie mit den Bubbles? Ich war schon mal am Tag der offenen Tür. Nicht hier, sondern nebenan. Das ist jetzt auch meine dritte Ausbildung. Das ist jetzt auch meine dritte Ausbildung. KONIEC